Elfentanz von Wolfgang und Heike Hohlbein Gelesen von Robert Frank Eine Produktion des Argon Verlags Der Gorm Das Tier lag flach und regungslos wie ein dunkelgrün gemusterter Schatten auf dem Felsen. Ein blasser, selbst aus der Nähe nicht ganz klar erkennbarer Umriss, der sich seit Stunden nicht von der Stelle gerührt hatte und Farbe und Maserung mit dem Weiterwandern der Sonne wechselte. Das Einzige, was von Zeit zu Zeit überhaupt darauf schließen ließ, dass in dem stachelbewehrten Ball so etwas wie Leben sein mochte, war ein gelegentliches Aufblitzen, wenn sich seine Nickkräuter hoben und ein Sonnenstrahl auf den dunklen Pupillen darunter glitzerte. Timo beobachtete den Krallenbeißer schon eine geraume Weile. Lange vor Sonnenaufgang war er ins Tal heruntergekommen, zwar nicht mit der Absicht zu jagen, sondern um jener rätselhaften Unruhe zu folgen, die er in letzter Zeit immer häufiger verspürte. Die vergangene Nacht war nicht die erste gewesen, in der er lange vor Anbruch der Dämmerung ohne sichtlichen Anlass erwacht war und das Gefühl gehabt hatte, aufstehen und irgendetwas tun zu müssen. Während der letzten Mondwechsel war das schon ein paar Mal geschehen und jedes Mal war er ziellos im Lager umhergesträumt, bis er mit seinem Lärmen und Hantieren seine Eltern und die Spürhunde geweckt hatte. Sein Vater hatte ihn nie deswegen gescholten, ja nicht einmal ein Wort darüber verloren, aber Timo hatte deutlich gespürt, dass er doch verstimmt gewesen war. Das Leben in den Bergen war hart, besonders jetzt, wo sich der Winter mit eisigem Morgennebel und Raureif zu melden begann und sie bald weiter hinunter ins Tal ziehen würden. Wenn sein Vater abends von der Jagd heimkam, dann war er manchmal so erschöpft, dass er nicht einmal mit seiner Familie aß, sondern schon am Feuer einschlief. So war Timo die letzten paar Male, als er aus dem Schlaf schreckte, still liegen geblieben und hatte geduldig auf den Sonnenaufgang gewartet. Aber an diesem Morgen war die Unruhe besonders stark gewesen und er hatte das Lager verlassen, um seine Eltern nicht zu stören. Er verstand nicht, was da in oder mit ihm vorging und das verwirrte und ängstigte ihn mehr, als er sich selbst gegenüber zuzugeben wagte. Er hatte einmal versucht, mit seinem Vater darüber zu reden, aber er hatte keine Antwort bekommen. Sein Vater war schon immer ein schweigsamer Mann gewesen und in letzter Zeit war er noch wortkarger geworden. Vielleicht lag das daran, dass er allmählich alt wurde. Aber vielleicht war auch die Tatsache, dass er jetzt immer mit leerem Beutel von der Jagd heimkam, der Grund dafür. Der Krallenbeißer öffnete nacheinander alle vier Augen und spannte sich zum Sprung. Die Bewegung war unendlich langsam, aber Timo bemerkte sie trotzdem. Er besaß bereits die scharfen Augen und wachen Sinne eines Jägers. Was ihm noch fehlte, war die ebenso notwendige Geduld. Trotzdem blieb er bewegungslos liegen, während der Krallenbeißer sein Gewicht allmählich auf die Hinterläufe verlagerte. Timo's Hand schob sich genauso langsam zu seinem Gürtel und löste die Schleuder. Der dreieckige, geschnitzte Steinbolzen glitt lautlos in die Schlaufe. Timos Blick wanderte den Fluss hinunter und suchte die Beute, die der Krallenbeißer erspäht haben musste. Aber selbst das tat er behutsam und zwang seine Augen, sich langsamer als gewohnt zu bewegen. Krallenbeißer waren starke und gefährliche Räuber, aber es gab etwas, das ihre Stärke noch übertraf. Ihre Feigheit. Selbst eine zu rasche Bewegung der Augen konnte das Tier aufscheuchen und auf Nimmerwiedersehen im Ufergestrüpp verschwinden lassen. Nach einer Weile entdeckte er das Opfer, dem der Krallenbeißer auflauerte. Es war eine Flusskrabbe, ein schwarzes, vielgliedriges Tier mit kräftigen Zangen und einem respektgebietenden Stachel am Hinterleib. Es hockte einen Steinwurf weiter Fluss abwärts, streckte von Zeit zu Zeit Träge ein dünnes Stielauge durch die Wasseroberfläche und eugte misstrauisch zum Ufer. Der Fluss verengte sich an dieser Stelle besonders stark und bot einen idealen Ort für einen Hinterhalt. Das Tier musste die Gefahr instinktiv spüren. Timo unterdrückte einen Seufzer. Wenn es auf dieser Welt ein Wesen gab, das sich noch langsamer bewegen und noch mehr Geduld aufbringen konnte als ein Krallenbeißer, dann war es die Flusskrabbe. Es war gut möglich, dass die beiden Tiere stundenlang dort unten hocken und sich gegenseitig belauern würden. Vielleicht sogar den ganzen... Einen Moment lang überlegte er ernsthaft, ob er einfach aufstehen und weggehen sollte. Entschied sich dann aber doch wenigstens... Ich erinnere mich, die Flusskrabbe ist. Vielen Dank.